Mein Wunsch wäre, dass wir dazu beitragen können, die kulturelle Identität in Sachsen zu stärken. Gerade auch für die Fläche, dass wir kleinen und mittleren Einrichtungen helfen, die Zukunft zu gewinnen, die eben Digitalisierung heißt und ihnen auch helfen, den Mehrwert der Digitalisierung zu erkennen. Und dass eben jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Lehrerin, jeder Lehrer, jeder Forscher von Sachsen digital profitiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020